1, 4, 5, 6. Herzlich willkommen zurück hier bei Hewenzob mit mir, dem Shade. Wir waren das letzte Mal auf dem Friedhof stehen geblieben. 1, 4, 5, 6. Er sieht nicht besonders freundlich aus und er scheint auch nicht besonders gut zu schlafen. Außerdem brabbelt er irgendwas im Schlaf vor sich hin. Er wacht aber immer wieder auf, bevor man verstehen kann, was er sagt. Ich bin nicht so aufgestürzt auf eine Schafel zu schlafen. Hallo, ich bin... Hau ab! Was, aber... Ich arbeite. Siehst du das nicht? Aber du stehst doch hier nur. Nein, ich warte. Ist Warten nicht dasselbe wie rumstehen? Ich bin Friedhofswarter. Wärter. Deshalb warte ich. Das ist mein Job. Friedhofswarter. Worauf wartest du denn? Dass jemand stirbt. Oh. Kundschaft quasi. Lässt du mich auf den Friedhof? Auf gar keinen Fall. So wird das wohl nichts. Oh, Manu. Ich will doch auf den Friedhof. Ich geh da mal. Friedhofsherde. Eindeutig. Potztausend und dreizehn blutige Urnen. Was soll das? Entschuldigung. Was denkst du dir dabei? Ist das ein Spaß für dich? Ich mache hier meine Arbeit und keiner, wirklich keiner, wird unbeaufsichtigt diesen Friedhof betreten. Ich wollte nur Friedhofsherde mitnehmen. Wofür haben wir euch die brauchen, oder? Eine große Glocke. Kann irgendwie mit dieser Schnur verbunden zu sein. Ich würde die Schnur ja einfach durchschneiden. Hatten wir nicht noch mehr einstecken? Waren wir nicht so? Ein schweres Zahlenschloss. Da soll wohl niemand rein. Oder raus. Ah, komm schon. Hm, verschlossen. Und irgendwelche Zahlen bei dem Zahlenschloss auszuprobieren, macht wohl keinen Sinn. Ja, gut. Was wollen wir denn hier noch? Der Friedhof. Da bestatten diese Erdlinge wohl ihre Toten. Eins. Vier. Eine Laterne. Spendet Licht. Was auch bloß? Ja, ja. Gut, nichts weiter Interessantes, habe ich das Gefühl. Spaten oder eine Schaufel? Was war da nochmal der Unterschied? Mit dem einen kannst du glaube ich umkramen, und mit dem anderen kannst du schaufeln. Da komme ich nicht dran. Ja, was haben wir denn hier noch? Stadtliche Hütte. Vielleicht etwas schlechte Gegend, aber die Fassade ist schön. Was ist das? Wie... Ja. So, wo gehen wir denn jetzt lang? Papp, Zaun. Hier steht. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Das ist aus der Apostelgeschichte 1.8. So was weißt du? Da ist wieder der Lampenanzünder. Und wir müssen ja noch immer irgendwas anstellen. Laboratorium. Da waren wir schon hinten. Was ist denn das? Das ist doch genau das, was wir brauchen. Na gut. Oh je. Moment, junger Mann. Was? Ich? Siehst du hier noch einen jungen Mann? Äh, nein. Und siehst du hier sonst noch irgendjemanden, der sich hier wagen würde, Grimassen zu schneiden? Äh, nein. Grimassen direkt unter einem Schild wohlgemerkt, auf dem groß und breit geschrieben steht, Grimassen schneiden verboten. Aber das ist nicht wirklich ernst gemeint, oder? Ich meine ja nur, weil... Ach, du meinst also. Und ich meine, das ist verboten. Da sind wir wohl unterschiedlicher Meinung. Offensichtlich. Der Unterschied ist aber, ich bin das Gesetz und meine Meinung zählt. Ich verwarne dich hiermit offiziell. Hier. Erinnere dich das nächste Mal daran, bevor du wieder Unsinn anstellst. Ein Schraftzettel. Ja, geile Scheiße. Jetzt habe ich ganz offiziell das Gesetz übertreten. Na toll. Du Outlaw. Jetzt brauchst du nur noch einen schwarzen Hut und eine Bande Halsabschneider. Du Outlaw. Eine alte Pumpe. Eine alte Pumpe. Scheint ein Ladenschild zu sein. Mit den Initialen EC. Hm. Auf dem Ladenschild steht ML und es ist ein Drache darauf. Was ist das wohl zu... Ich bin ja jetzt erst mal gewillt, äh, der Klin, das... dieses... diesen Zettel zu zeigen. Kommen wir jetzt. Wir sind jetzt offiziell gesetzt. So, komm her. Wir sind auf einer Stufe. Gut. Damit hast du bewiesen, dass ich dir trauen kann. Ich erzähle dir, was ich gesehen habe. Diese Greta kam gestern aus Blumfords Haus und hat sich mal wieder wie wild aufgeregt und die ganze Zeit diesen McCalm angeschrien. Wild gestikuliert hat sie. Und dabei hatte sie die ganze Zeit diesen komischen großen Zettel mit dem seltsamen Zeichen drauf in der Hand. Dann ist sie zum Scheiterhaufen marschiert und hat den Bauplan in zig Teile zerrissen und wollte ihn verbrennen. Hat irgendwas von dem heiligen Reinigen im Feuer der Inquisition erzählt. Aber dann kam ein Windstoß und die Schnipsel sind alle weggeflogen. Dem einen Schnipsel, der Richtung Stadtrand geflogen ist, bin ich hinterhergerannt. Der muss irgendwo bei Karim auf dem Stand gelandet sein. Aber der behauptet steif und fest, er hätte ihn nicht. Eine Ratte? Die Ratte war nirgends zu finden. Und an den da oben am Scheiterhaufen komme ich nicht dran. Oh, diese Greta ist wirklich... eine Furie? Der sollten wir unbedingt aus dem Weg gehen. Ich befürchte, die könnte uns wirklich gefährlich werden. Immerhin wissen wir jetzt, wo die Schnipsel des Bauplans hin sind. Und sieh mal, da oben an diesem Pranger hängt der eine Schnipsel auch noch. Da können wir aber nicht ran. Selbst wir, ne? Denk ich. Ah. Das muss einer der drei Teile vom Bauplan sein. Nur, wie komme ich da dran? Der hat in den zig Schnipsel zerrupft. Und daraus sind da nur drei Stücke. Das sind nur aus diesen zig Teilen sind drei Stücke ausgekommen. Drei Schnipsel. Irgendwie schräg. Da komme ich nicht dran. Ja, das war mir schon klar. Wie komme ich denn hier ran? Hä? Ich kann sie unmöglich durch dieses Feuer schicken. Das ist viel zu heiß für sie. Das klappt so nicht. Nicht? Das klappt so nicht. Ja, senken. Pamphlet. Streichhölzer. Können war... Was ist denn nächstes Feuerlöschen? Stell dich nicht so an. Ey, warte mal. Wir haben doch einen Brunnen, oder? Du sollst dir den Wasser eh machen. Ein alter Eimer aus Holz. Geht das irgendwie... Da kann das Fellknäuel auch nichts ausrichten. Ist das eine Scheiße? Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen. Der sieht... ähm... mitgenommen aus. Äh... Hallo? Ich... Ich glaube, der will nicht mit dir reden. Ich weiß nicht, ob der reden kann. Ich will eigentlich nur das Schilds sehen. Dafür trage ich keine Peitsche. Hä? Da steht... Dafür trage ich keine Peitsche. Hä? Hä? Gut. Wir hätten noch... Wir versuchen erst mal die Zettelmummer die Zettelmummer eventuell rankommen. Und das wäre Karim. Jetzt müssten wir uns was einfallen lassen, wie Karim die Zettel ausrückt. ist... Hmm... Ich will es beim Besten will nicht, wie ich das anstellen soll. Wieso sollte ich das machen? Die Storbe. Also was muss man bei den Kufen kostet? Kohle. Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Wieso sollte ich das machen? Wieso sollte ich das machen? Das ist die Kundenliste von Karim, wo er genau drauf notiert, wer bei ihm... Darf ich mal sehen? Auf gar keinen Fall. Das ist betrifft... Hast du das gesehen? Was denn? Da, hinter dir. Ein dreiköpfiger Affe oder was? Nein, eine Ziege. Eine dreiköpfige Ziege? Nein, einfach eine Ziege. Ich leih sie mir mal aus. Aber nur kurz. Echt Zufall. Hey, Fendi. Da war keine Ziege. Oder habe ich sie verpasst? Da hast du sie bestimmt verpasst. Alter. Alter. Einfach mal so ein Schatten. Eine dreiköpfige Ziege. So. Die Verleihenskundenliste, die ich nur mal ausgeliehen habe. Hier steht, er hat bisher was von dem Koffeinshampoo an Bill, an Magnus und an Bartholomeos verkauft. Oh, das ist nicht der Zettel, den wir suchen. Das ist ja nur seine Kundenliste. Wir brauchen ja ein Stück vom Bauplan. Eine Teekanne. Wir müssen wohl... Vielleicht weißt er ja von dem Zettel. Hallo Karim, sei gegrüßt, Effendi. Ah, ich suche einen Zettel. Es ist ein Zettel, der hierher geflogen sein soll. Hast du vielleicht einen gefunden? Hör mir auf mit Zetteln, Effendi. Ich habe den für 30 Flaschen, hatte ich genau 30 Etiketten. Und am Ende ist trotzdem eins übrig geblieben. Aha. Vielleicht hast du die eine Flasche ohne die Etikette verkauft. Vielleicht hast du eine Flasche ohne Etikett verkauft. Hä? Es ist ja Etikett, die wirklich geblieben, du Eierwoller. Vielleicht hast du eine Flasche schon ohne Etikett verkauft. Erinnerst dich aber nicht mehr daran. Nein, das kann nicht sein. Ich führe auf meiner Kundenliste ganz genau Buch darüber, wer bei mir etwas gekauft hat und ob er schon bezahlt hat. Hast du schon welche von den etikettierten Flaschen verkauft? Natürlich. Seit heute Morgen schon bereits drei Stück. Was hast du denn im Angebot? Schau dich um, Effendi. Und falls dir etwas gefällt... Ah, du willst bloß Kohl das machen. Ich geh dann mal. Bis bald, Effendi. Gut. Also wir haben seine Kundenliste ja auf jeden Fall. Für was sind die? Karims Kundenliste, die ich nur mal ausgeliehen habe. Hier steht, er hat bisher was von dem Koffein-Shampoo an Bill, an Magnus und an Bartholomeus verkauft. Magnus, Bill und Bartholomeus. Die gilt es, denke ich, erstmal zu finden. Dann ist immer noch die Frage, wo ist die Maus und wie komme ich an den Zettel vom Schalterhofen? Warte mal. Halt! Lass doch mal stehen! Nee, ich bin in die Kirche, verdammt! Ja, gut, wenn wir mal hier sind. Hallo, Mann Gottes! Hallo, junger Mann! Wie kann ich dir helfen? Ähm... Wenn ich mich vorstellen darf, Pater... Mein Name ist Talorel. Freut mich, dich kennenzulernen, Talorel. Mein Name ist Bartholomeus. Ich bin der Hüter dieser Halle und der Pater von Heaven's Hope. Hast du das Koffein-Shampoo von Karim gekauft? Hast du vielleicht etwas von diesem Koffein-Shampoo von Karim gekauft? Ja, in der Tat. Magnus hatte mir das als Mittel gegen diese lästigen Papierflöhe empfohlen. Koffein-Shampoo als Mittel gegen Papierflöhe? Ja, ich habe ihn getroffen, als er gerade mit dem Koffein-Shampoo von Karim kam und ihn gefragt, wofür er das braucht. Da hat er mir erzählt, dass er das gegen die Papierflöhe in der Bibliothek einsetzt. Papierflöhe? Papierflöhe? Ja, und da meine Kirchgänger sagten, sie würden von irgendetwas gebissen, wenn sie in die Messe kämen, und deswegen würden sie im Moment nicht kommen. Da dachte ich mir, die Gesangsbücher hätten vielleicht auch Papierflöhe und habe es mal ausprobiert. Aha. Ja, aber das war ein Fehlschlag. Außer, dass die Gesangsbücher komisch riechen und ganz fleckig sind, hat das nichts gebracht. Hast du die Flasche von dem Koffein-Shampoo denn noch? Nein, die habe ich weggeschmissen. Ach, ich könnte die gut brauchen, weil... Psst, Talorel, erzähl ihm lieber nichts vom Bauplan. Du weißt nicht, wie er zur Inquisition steht. Ich, äh, ich sammle Flaschen. Ja, und das ist so eine absolut außergewöhnliche Form. Die habe ich noch nicht. Also, äh, wenn das so ist, äh, ich habe sie in die Mülltonne in der Kneipengasse hinter der Kirche geschmissen. Du kannst ja mal schauen, ob sie, äh, ob sie noch da ist. Jippie im Müllmühlen? Ja, genau. Was hältst du denn eigentlich davon, dass Greta in Heaven's Hope die Inquisition wieder ausgerufen hat? Nun ja, Greta kommt ja im Auftrag der Kirche. Und wenn die Heilige Mutter Kirche, also wenn sie Greta für die richtige Wahl hält, um, äh, also, um in Heaven's Hope für Recht und Ordnung zu sorgen. Äh, äh, also, schon klar. Ich gehe dann mal. Aber, Frau, können wir uns ja noch ein bisschen hier umsehen? So, wir können also den Beistab legen. Ein heiligen Wildnis. Ganz schön dreckig. Man erkennt ja gar nichts. Ah, aber hier ein Symbol am Rahmen. Sieht aus wie ein F. Ein Symbol am Rahmen. F. Ein heiligen Wildnis. Ganz schön dreckig. Man erkennt ja gar nichts. Aber hier ist ein Symbol am Rahmen. Sieht aus wie ein Z mit Schnörkel. Hast du ein Engel? Jetzt siehst du das natürlich aus der Ferne. Ein heiligen Wildnis. Ganz schön dreckig. Man erkennt ja von... Aber hier ist ein Symbol am Rahmen. Sieht aus wie ein verschnörkeltes H. Ein heiligen Wildnis. Ganz schön dreckig. Aber hier ist ein Symbol am Rahmen. Sieht aus wie ein F. Z, H, F. Schreib mir das mal auf. Kann ja nie müssen. F, Z und H. Wofür auch immer das gut ist. Eine geweihte Kerze. Ich kann die geweihte Kerze nicht einfach mitnehmen. Die ist für die heilige Messe bestimmt. Na gut, wir könnten den Typen ja fragen. Aber ich glaube kaum, dass er die rausregt. Wir können hier auch noch weitergehen. Gretas Saal. Da gehe ich lieber nicht rein. Warum denn? Guck doch hier. Halt mal an. Wahrscheinlich ja... Halt! Da kannst du nicht rein. Da ist gerade eine Baustelle. Äh, wir müssen noch mal kommen. Gretas Saal. Da gehe ich lieber nicht rein. Ja, ist gut. Hallo, Pater Bartholomeus. Hallo, Thalorel. Was sind denn das eigentlich für Ikonenbilder? Das sind die Gründe eines alten Ritterordens, der vor langer Zeit hier in der Gegend mal seinen Sitz hatte. Diese Kirche ist auf dem Fundament ihrer heiligsten Kapelle gebaut worden. Na, auf einer Kapelle. Auf einer Kapelle? Das ist sehr lange her, kurz nach den Kreuzzügen. Die Kapelle selbst ließ sich nicht mehr retten. Deswegen wurde auf die Fundamente diese Kirche hier gebaut. Aber das Beinhaus der Kirche stammt noch von der alten Kapelle. Und darin ist der Gründer des Ordens begraben. Aha. Was war das denn für ein Orden? Der Orden vom Schwert des heiligen Michael. Ui. Klingt mächtiger, als es tatsächlich war. Weißt du, im Mittelalter gehörte es lange Zeit zum guten Ton, ins heilige Land zu fahren und dort ein paar Ungläubige zu töten. Das war gerade unter Adeligen ein beliebter Sport. Die gute alte Zeit. Jetzt waren aber nicht alle Adeligen sportlich. Manchen gefiel es zu Hause ganz gut. Geregeltes Einkommen, Dach über dem Kopf. Keine Sarazenen. Ganz angenehm. Aber der öffentliche Druck war natürlich da. Und so schlossen sich auch die eher trägen Verwalter unter den Lehnsherren zusammen und zogen gemeinsam nach Jerusalem. Schön langsam. Mit viel Gepäck. Und einer Menge zu essen. Kein Wunder, dass wir die Kreuzzüge verloren haben. Wenn die alle auf Kaffeefahrt waren. Was hat denn dieser Orden der Kreuzritter mit dem Erzengel Michael zu tun? Was hat das jetzt mit Michael zu tun? Tja, bei ihrer Rückkehr mussten die Ritter sich ja irgendwie interessant machen. Deshalb haben sie behauptet, man hätte im Heiligen Land das Schwert vom Erzengel Michael gefunden. Na, wenn es sonst nichts ist, würde mich nicht wundern. Er lässt sein Kram doch immer überall rumliegen. Jedenfalls daher der Name der Orden vom Schwert des heiligen Michael. Alles klar, ich verstehe. Mich würde so nicht wundern, wenn dieser Meister dieses Ordens, der da unten begraben sein soll, wenn der das Schwert hat. Wir das vielleicht noch suchen müssen. Warum haben die Kreuzritter denn überhaupt den Orden, einen Orden gegründet? Was sind das für Symbole auf den Ikonenbildern? Was sind denn das eigentlich für Symbole auf den Ikonenbildern? Das hat was mit der Rangfolge im Orden zu tun. William Cuthillstone trug als Hochmeister dieses leicht verschnörkelte H in seinem Wappen. Barnaby Garlick war der Sehneschall. Oder auch bei diesem etwas speziellen Orden Zähneschall. Und damit Zweiter in der Rangfolge und trug deswegen das Z im Wappen. Herald of Limits war zeitlebens nur ein einfacher Vater. Deswegen trug er das F im Wappen und war Dritter in der Rangfolge. Aha. So. 1, 2, 3. Äh, ja. Warum wurde der Orden denn überhaupt gegründet? Warum haben diese Kreuzritter denn überhaupt einen Orden gegründet? Doch. Vermutlich wegen der Steuer. Dann kann man die Hauptzüge besser absetzen. Ist auch günstiger beim Ablasshandel. Wegen doch... Ich geh dann mal. Komm, wir beichten mal. Wir haben ja was Schlimmes getan. Wir haben ja gegen das Gesetz verstoßen. Eine Holzklappe. Ein geflochtenes Gitter. Dahinter sitzt normalerweise der Priester. Jetzt kann man nicht damit reden? Was ist denn das? Scheiß gewesen zu sein. Gut, dabei halten wir unsere schmutzigen Geheimnisse eben für uns. Gut, hier ist nichts bei euch. Geht's wieder raus? Und wir wissen ja, wo wir eventuell die Flasche finden. Nehme mich in den Mülltonnen, in denen er vorher nie rumwühlt. Vladic, du hast mir zugesagt, dass die Ware bis heute... Ja, ich weiß auch, was ich dir zugesagt habe. Aber mit den neuesten Erlössen von Greta ist das schwierig, sowas Heißes nach Heaven's Hope reinzubekommen. Es dauert länger und kostet mehr Geld. Das war aber nicht unsere Vereinbarung. Ich weiß, aber die Lage ist nun mal, wie sie ist. Und wenn du deinen Kunden gerne erklären möchtest, dass du keine Waren hast... Es ist doch immer wieder schön, mit dir Geschäfte zu machen. Lass mich wissen, wie viel mehr du brauchst. Du hörst von mir. Hallo, Herr Reisender. Schönes Wetter heute, hm? Hm, ja. Ist das so? Was war das denn? Scheint, als würden die irgendwie etwas unsaubere Geschäfte machen. Ja, wenn ihnen alles verboten wird hier in der Stadt, was willst du machen? Jetzt muss ich da wohl reingreifen. Vermutlich sind Müllkühlen auch verboten. So, widerlich. Moment mal. Hier ist so ein seidiges Ding drin. Sieht aus wie das, was Pater Bartholomeus trägt. Vielleicht ist das ein altes Priestergewand vom Pater. Scheint auf jeden Fall aus Seide zu sein. Oh, je. Moment, junger Mann. Was, ich? Siehst du hier noch einen jungen Mann? Nein, ich, äh... Und siehst du hier sonst noch jemanden, der in einer dieser Mülltonnen wühlt? Äh, nein. In einer Mülltonne wohlgemerkt, über der ein großes und deutlich lesbares Schild hängt, auf dem groß und breit geschrieben steht, in den Mülltonnen wühlen verboten. Ja, tut mir leid. Es war nur... Unsinn! Es ist immer nur... Es ist aber auch immer nur eine Ausrede. Ich verwarne dich hiermit offiziell. Hier, erinnere dich das nächste Mal daran, bevor du wieder Unsinn anstellst. Noch Straftzettel. Richtig geil. Ich hätte meine Klappe nicht so weit was reißen sollen, oder? Was hatte ich vorher noch gesagt? Vielleicht sind Müllfühlen auch verboten? Ach, scheiße. Eine alte Robe aus Seide. Aber das hilft uns ja weiter. Wir brauchen die scheiß Flasche. Das stinkt ja ganz furchtbar. Wenn ich da jetzt nochmal Müll will, ne? Kommt der da nochmal? Weißt du was? Ich spare schon mal ab. Ja, wie nennen wir das? Kasse. Und? Ob es sich lohnt, den Müll noch ein zweites Mal zu durchspielen? Das findet man leider erst in der nächsten Folge raus. Denn wir sind schon wieder an der Zeit. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn ihr mögt. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.